Wir sind beim Lagerfeuer, wir tun mal so, als ob es nie so frisch wäre und wir haben ein Ü-Paket gekriegt, haben wir, ne? Ja, haben wir. Ich versuche es. Ob hier noch Bier drin ist? Kicken wir mal, war. Letztens war kein Bier für dich drin, ne? Ich glaube, es ist auf. Es ist auf! Überraschung! Echt jetzt? Du bist eklig. Was haben wir denn schöne drin? Wir haben drinne Handcleaner für Männer nach dem Bauen. Bitteschön. Ist ja erst aus wie Wernisch. Nochmal. Bitteschön. Und nochmal. Oh, das ist nie gut, der muss ich für den Bauen. Das ist nicht für euch. Man könnte auch meinen, du bist eine Sau. Liebe Grüße, ein Family-Paket. Denken ist wie googeln. Ne, irgendwie krasser. Da ist was für mich drin. Guck mal, das sind die Mützen. Für meine Schneemänner. Ah, ich glaube, die sind zu groß. Aber wir probieren das aus. Stefan, hol mal bitte einen Schneemann davon. Ein Betonschneemann. Da, einen Betonschneemann. Wir müssen ihnen eine Mütze aufsetzen. Guck mal. Für Fussel und Frieda. Das auch. Oder für die Männer zum Essen. LED. Soll ich dir die im Ausschnitt kleben? Und ganz viele Acrylfarben. Womit wir uns schminken können. Echt jetzt? Ja. Nimm uns an. So, gib mir mal einen Schneemann her. Und wir gucken mal, ob die Mützen gehen. Ich guck, hier ist noch mit anderen dran. Ich kann ihn nicht halten. Du musst ihn halten. Doch. Doch, geht. Krempelst du um vorne die Kante nochmal? Cool. Du musst dir zeigen. Komm, ich sag mal. Alter. Da. Oh, ne. Wo soll ich die Hand kriegen? Nimm. Nimm. Oh Gott, nimm. Ich stehe mal auf dem Grafttisch. Ey. Da ist noch was drin. Ist jetzt auseinandergefallen? Ja. Das war aber das letzte, was er getan hat heute. Hier ist was für mich drin. Ich bin der Beleuchter. Der Lichtausstatter, sozusagen. Ich bin der Beleuchter. Hier bin ich drin. Da bist du drin, ne? Hier bin ich drin, nicht? Hier bin ich drin. Na, schauen wir mal. Lagerfeuer-Romantik. Nicht ganz sanft sein. Aber dann würde ich das mal nicht so verpacken, Mensch. Krieg das nicht auf, Ela. Schau mal her. Dann kannst du schon so rausziehen. Kannst du ja nicht. Nein. Nein. Ich hab Mützen, ob mir die auch passen? Guck mal. Ist das cool? Ja. Das Gegenstück im Blau hängt davon in der Küche. Kik, Mike, es ist Pralinen. Zick, zick, zick. Wie aus dem Gesicht geschnitten. Ja. Oh doch, die Ähnlichkeit ist frappierend. Ist das süß. Mit Herzchen. Und Pralinen. Viel lieben Dank. Das ist alles meins. Ist alles meins. Kannst du alles beiden. Möchtest du eine Mütze anprobieren? Mit dem Schneemann probier ich nachher eine an. Cool, wa? Mhm. Die Fetzen. Schick. Schick. Mhm. Schick. Wir sind die Mützengang. Habt alle eine gute Nacht. Hier auch am Lagerfeuer, ne? Ja. Na, ihr könnt hier draußen sitzen, sein Bier drin. Möchten die Männer ein paar Snacks? Ja. Necker die. Wieso ist Bier drin? Nee, für dich ist wieder kein Bier drin. Klappt, nee, wa? Das klappt einfach nicht. Bier spenden hierher. Für den, der die Pakete auch herbringt. So.